hallo das ist schimmer und sich einiges in der ehe kommt so was dabei raus die spinnen sammeln gehen ich glaube ich sollte mich da nicht unbedingt daran beteiligen oder nein du solltest hier bleiben das macht man jetzt seitenpatch anscheinend immer aus dem zeug sondern ich weiß an der station bienenstacheln ja also müssen wir jetzt in den minennest piksen ja gibt mir spinnen und ich die monsterfleisch ich hol mir spinnen dann machen wir das und sefi im kühlschrank sind siebenzimmer spinnenfleisch okay dann müssen wir wohl ein bisschen bienenpixen gehen kann man die nicht auch und sie mit einem cash einfangen oder so aber wir brauchen die stachel die trocken sie nur okay okay dann lasst uns bienenpixen gehen wie kann man das fleisch teilen was kann was kann ich denn schickes anstellen wo ich nicht bei sterbe hessien fallen lernen okay mit aufgesetzt hessien fallen dann gehen wir mal bienenpixen wir gehen bienenpixen 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 wir gehen hier ist übrigens die koala spur immer noch die koalafantenspur ja aber wir haben jetzt keine zeit dafür ja wir müssen erstmal euch wieder hoch bringen weil ich glaube sie müssen jetzt auch immer so über 30 ich bin bei 82 noch also müssten eigentlich alle mal wieder außer hasi weil der ist mir noch nicht gestorben die ach da unten stehen die ganzen fallen hier oben sind die hasen da unten stehen die fallen nein es stehen überall fallen du musst mal die karte aufmachen ich habe mehrere ich weiß aber da oben wo ich gerade ganz ganz viele hasen hatte steht keine einzige falle macht die noch welche hey die sind wieder zu 5 5 ok einfach reinpixen oder das ist hier ein bisschen alleine jetzt wird's lustig gegenpixen du solltest ein helm aufsetzen ok los genau in den teilen vorbei gelaufen ich habe einen haben wir schon mal bei hier kann man jetzt einfach den links hier noch mal piksen einmal aber nur ne 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 sonst ist er weg dann müssen wir uns anderen aussuchen ok müssen wir mal gucken hier guck mal hier drüben ist ein einzelner hinten an der wand aber der hier wäre noch einzeln wir wollen wir das jetzt noch so toll finde die idee komm her du biene ok gut so hier hinten ist noch einer ich glaube wir gehen erstmal weil mein stein ist auch fast leer man hat noch 75 aber hier ist noch ein einziger ach piksen ist auch schwer die zu treffen aber diese scheiße klein sind ok dann zurück wir haben ich habe sechs stache wie fast du okay ich bin geschätzt das feuer muss das feuer muss das feuer hat das wieder hoch wussten sagt mir dass ich gut aussehe du siehst gut aus meinst du darfst auch ernst sehr schön das war knapp gerade im sterben ich war ja so gut wie am lager da fing das an ok ich komme aber nach den häschen fallen kommen danach ja ich habe jetzt noch welche in der tasche weil ich losrennen musste ich bin ich später wieder zurück besser als sterben oder ja natürlich ist halt immer ein bisschen blöd ne ich habe ich keine frost gott sei dank noch neun tage naja immerhin werden wir besser oder haben wir verrottete sachen acht mal die bären im kühlschrank sobald verrottet ja es ist was zu essen habe ich alles besorgt das verrottete zeug das leben wir jetzt noch dann nehme ich jetzt eis wir können eigentlich die eier mal benutzen dafür so das haben wir auch gemacht perfekt ich packe mal hier die stachel rein da habe ich muss jetzt erst mal was essen da sehe wie du siehst ja mal richtig heiß aus ich bin da richtig happy drüber was sind die schicke mütze richtig schweinehärsche ja das ist meine trophäe schweinehärsche ja gut da können wir reden schon wir basteln ja stimmt habe ich gar nicht dran gedacht was man hier nicht alles braucht die habe ich hier war die sollten da liegen ich brauche nur viel spritze acht stück oder sechs das sind 36 bär wenn dann noch nicht die werden nicht schlecht ja macht opfer die einfach wir werden nachher ich sammle doch regelmäßig fleisch und eis kann ich auch gleich sammeln gehen wieder füllen und wir haben auch im sommer da vorne oder beziehungsweise in anderen jahreszeiten eis hier in der nähe ja und wir haben hier noch zwei felder die ab frühling wieder etwas geben und so ein kacke vogel hier der der verrottete fleisch ist für ein ei ja also hasi das ist ja erst kein problem wir brauchen die spritzen eher ja und frühling brauchen wir musst du noch neun tage drauf warten ja ich weiß wie schön ist es am feuer zu stehen hier so gemütlich im winter der ist verteidigt die bären um uns ich setz mich du sitzt hasi im kürzschrank ist wieder was für dich zu essen gut danke na klar ich kümmere mich um meinen blutsverwandten hier eigentlich könnte ich ja auch komm ich könnte es mal schneller verrotten ich finde das so stylisch wie meine augen einfach total bedeckt sind ne wieso die sind doch draußen bei mir sind die draußen bei mir sind die draußen ähm meine augen sind eigentlich weiter oben das darf auf meine augen du hast doch mal mehr augen deutsch grazana ist doch du hast doch noch zwei kleine die da rausgucken ja und meine sicht ist ein bisschen scheiße ne oder liegt fleisch auf dem herd wollte dafür wie ihn waren das äh ich hab grad gekocht für hasi ich hab schon eins aus dem kühlschrank ja aber immer dann auf letzte not zu kochen hab ich jetzt mal ein bisschen was vorbereitet darf ich das essen was hier auf dem grill ist ja ja mach mal cool danke gut baust du ab ich mach ran wieder äh 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 engelchen ja perfekt so alles in den kühlschrank wieder ich gehe wieder zu den fallen wieder auf ja hatte ich vor nein ich gehe da nicht hin weil ich die kaum aus dem lager habe ich eisklötze um mich rum erst keine mütze und keinen stein doch ich habe mit es aber kein stein wie kann man einen wärmerstein machen und eine spitzhacke genau und der gebrauchsspitzhacke am besten mit zwei oder vier prozent ich habe eine mit 18 die geht auch nur dass du nicht eine neuwertige 100 prozent ja ja muss ich wusste den flint finden den habe ich glaube ich noch bei weil ich hatte mich mal komplett in die kiste gepackt hatte ich komme ich gebe dir mein ich bin gerade ein bisschen am eis hatten und dann muss ich an welche von die beiden stationen ich meine ich glaube schon und dann bei ich habe wieder ein spiel weiß einer stirbt schon mal gut so was auf vorrat zu haben ist ich war so froh dass ich meine hatte jetzt ist die auch schon wieder weg ich glaube die ist in der kiste oder so das weit genug weg der milestone an mir fehlen ein paar steine die biefel ist angeworfen mal so ganz nebenbei waren zwei oder nur einer aber das eine scheint irre zu sein oder weil erstens sieht das geschoren aus und zweitens hat das ganz weiße augen ok dass ich trotzdem aus als erst ein bisschen besessen und jetzt muss ich den thermal stein musste ich muss den ans feuer legen oder mit dem feuer sein dann wird der orange dann ist er aufgeladen und dann wird er hat langsam wieder normal wenn du davon weg gehst ok aber es dauert nicht lang ist auf lande der wird sofort orange quasi gut dann kann ich jetzt die fallen aufstellen gehen die 2 die ich noch ab das war das nur 28 dann geht das hier noch ja hier fackelt jemand in wald absicht ja so ein klein hat er schon wieder jemand spaß mit feuer zu spielen nur ein bisschen ich dachte wir brauchen so ein bisschen was also langsam außer kontrolle gerät ist alles nein das ist ein selbst hergestellter und der stand einzeln ich weiß gerade zurecht was ich mache bis das zeug jetzt mal fertig verwest ist ich glaube so wie mir immer naja ich mache alles mögliche nebenbei äh ich habe eine tier fährte gefunden haasi hier war noch eine buffalo fährt ne 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 elefanten fährt ja was wird nacht ne jungs wo lange schon in den wald hier ist sie aufgemacht auf jeden fall oder ne doch einer hatte ich eben aufgemacht gemacht ja hier also ich hab sie hier bei mir wenn es die merken willst vor der nacht noch machen jetzt weiß ich ja nicht eher weniger weil die nacht ist kalt wenn ich ein wintermützchen wieder hab dann kann es nur machen ich bringe hat jemand noch ein stroh ja oder seil guck mal an die werden seine noch da guck mal haben wir hier noch seile nein man davon ja nie genug haben ja alles supine weil wir vielleicht mal ein zweites feuer machen ich kann es am lagerfeuer die ganze nacht naja damit wir auch mal nachts hier essen abhängen das heißt auf deutsch bitte das ist im prinzip dann so da gibt es eigentlich keinen deutschen namen richtig im prinzip dass man wenn winter oder sommer ist dass du dann kühlt was gleichzeitig oder dann beheizt du hast richtig toll wie war wobei ist das bei feuer bestimmt ne genau endotherme feuergrube ne das endotherme ist für den winter ne sommer ist das endotherme ist der das heißt einfach so ist der auf entekel ist da keine dachstürmer den red gem her den roten diamanten haben wir schon verbaut mal sowas ja oder in gräbern überlegen was wir von beiden basteln wollen winter ist bald vorbei brauchen eigentlich jetzt noch mal den für den winter brauchen wir im sommer das dann unbedingt bei den letzten sommer haben wir doch überlebt sommer ist hart oder boria sich überlegen oborias ist noch größer ja nicht schlecht damit wir zumindest am lager kühl haben aber deshalb das kostet 30 geschliffene steine ist das geschliffene steine kann bestimmt herstellen oder steine steine drei steine das heißt im frühling sollten wir auch steinsuche gehen wir haben den ganzen frühling um uns auf den zwei mal vorzubereiten ja wann was kriegst du handschuhe ich hab jetzt ein weißes ich hab die weggepackt sie sollten doch verschimmeln sag mir doch doch wenn die um den vogel rumliegen dann dachte ich sind die vom vogel gedroppt und hab die schnell eingesammelt die wurden gedroppt zum versauern richtig du solltest uns einfach manchmal zuhören die rede doch das kann man falsch verstehen verdammt falsch das wird niemand falsch verstehen die folge ist übrigens vorbei glaube ich ja so ein bisschen ja bis dahin wir sagen wir mal auf wiedersehen bis zum nächsten mal tschüss